Diese wunderschöne und top gepflegte Peugeot 508 Kombi Business Edition könnte schon bald vor ihrer Tür stehen. Herzlich Willkommen im Auto aus Wismar. Der Euro 6 Diesel mit Automatik erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen und anklappbaren Außenspiegel bieten beste Übersicht. Fünf Türen erlauben einen leichten Einstieg, besonders hinten. Hier finden bequem drei Passagiere Platz. Schicke Leichtmetallräder mit neuen Reifen und erstreichenden Charakter. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die beheizten Vorlesitze bieten viel Komfort und eine gute Sitzposition. Fußmatten gehören bei uns dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Peugeot schützt Sie rundum mit ESP, Airbags und Nebellampenfahne. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Hohlwahlwahl. Das Bluetooth-Radio verfügt auch über ein Navigationssystem. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem checkheft gepflegten Nichtraucherwagen, Peugeot 508 SW Business Edition und seiner umfangreichen Ausstattung. Wenn Sie mehr viel Spaß haben. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in einfach Probe. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Das Team von Wismar freut sich auf Sie.